So Freunde und auch mit herzlich willkommen zurück zu Rafty. Wir waren ja das letzte Mal hier am Dach bauen. Genau, da hat ja keiner von euch sich jetzt bis jetzt so wirklich geäußert. Hab das jemand schon mal so gemacht hat wie ich? Beziehungsweise hab es jemand von euch schon gemacht hat so wie ich? Ich probiere das Ganze auf jeden Fall so ein bisschen fortzusetzen. Ich weiß jetzt noch nicht was dabei rauskommt, aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich hoffe es gibt kein Fall Damage. Nein, aber wie es aussieht nicht. Okay, aber first things first. Wir brauchen nämlich erst Holz und Palmenblätter und Kisten. Scheiße, wir bräuchten viel mehr Kisten. Wir haben nämlich schon eine Menge Kartoffeln, eine Menge Samen. Und meine Palmen sind auch schon wieder gewachsen. Wollen wir kurz nochmal einen Happen trinken, bevor wir hier loslegen? Es geht nämlich heute leider wieder ums Farmen, also richtig hartfarmen. Zwei und drei. Äh, und dann will ich ja natürlich... Ja, wo sind jetzt die Dosen? Hier sind sie. Äh, mit der Nummer sieben, Phil, Phil, Phil. Und guck, 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 guck. Hier, so. Okay, das ist ein bisschen umständlich hier, dass das immer, ja, in den Slot hier geschoben wird. Aber wir gehen jetzt ja auch gleich ein Sharkmeat essen. Haben wir noch einen Shark? Nein! Was machen wir da? Legen wir jetzt einfach mal auf die Stelle eine Kartoffel drauf. Äh, dass sie vielleicht wenigstens ein bisschen in den Hunger stillt. Und dann nehmen wir den Krempel hier aber auch noch mit. Hier hinten kommt gleich noch ein bisschen... Hier, hier, hier. Okay, so weit, so gut. Wir sind eigentlich relativ gut vom Essen und vom Trinken. Und ich hau mir jetzt schnell einfach noch die zwei rohen Kartoffeln rein. Äh, in der Hoffnung, dass wir dann... Äh, nicht mehr so schnell... Hunger bekommen. Was hast du vor? Scheinbar gar nichts. Okay. Äh, Freunde, wir brauchen Stairs. Äh, eine Treppe. So. Perfekto. Okay, jetzt brauchen wir... Ah, die Treppe habe ich jetzt ein bisschen blöd hier hingebaut. Das ist aber nicht so schlimm. Das kriegen wir schon noch gebacken jetzt. Moment. Wenn ich hier... Kann ich hier noch einen Boden hin machen? Einen Floor? Nein. Also gut, dann brauchen wir jetzt... Würde das reichen? Ich will das jetzt mal kurz testen, ne? Äh, Pillar. Wenn wir es hier machen, da soll es auf jeden Fall funktionieren. Okay, dann machen wir jetzt hier nochmal ein Floor. Sehr schön. Wir dürfen nicht runterfallen. Vorsicht, Vorsicht. Okay, das war sowieso die letzte... Der letzte Boden oder die Decke. Je nachdem, von wo man es eben sieht. Ah, wir müssen schon wieder einen neuen Pillar bauen. Wir bräuchten schon wieder einen Pillar. Dann bauen wir den auf die gleiche Höhe... ...wie den hier. Das Problem ist nur, dann ist diese Treppe hier im Weg. Ah, das nenne ich mal Ressourcen... ...ähm... ...verschwenden vom Allerfeinsten, ne? Okay, hier hin. Und dann geht es weiter mit dem Floor. So, 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 so. Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Im Wintergarten... Nein, wir haben schon wieder verkehrt rumgebaut. Scheiße. Ach, komm schon. Das gibt es doch nicht. Jetzt bräuchte ich hier nochmal einen Pillar. Hier können wir aber keinen bauen wegen der Treppe. Außer... Wir bauen hier eventuell einen hin. Ah, ich hätte ihn vielleicht doch wieder mal... ...in der Reihe bauen sollen. Das werden wir jetzt auch machen. Sorry, das muss ich jetzt leider nochmal wegkloppen. Und dann nochmal den Hammers... ...und dann nochmal die Foundation... ...äh, dieser Pillar... ...der ist auf dieser Linie hier. Dann machen wir das da hin. Ja, und hier ist natürlich richtig kacke jetzt. Aber das soll hier auch klappen. Denk... Hoffe ich mal. Ich gehe mal davon aus. Wenn nicht, dann müssen wir uns was anderes überlegen vielleicht. Eins, zwei... Nein, 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 nein! Wir brauchen Sharkmeat. Komm her, du Penner! Ich... Oh mein Gott, komm schon. Wir haben keinen Sharkmeat bekommen. Ist aber nicht so schlimm. Okay, und weiter geht's. Äh, hier. Nein! Das war verkehrt. Warum kann ich... Uns fehlt Holz und fehlt Holz. Jetzt dachte ich schon, scheiße, jetzt kann ich hier nichts mehr hinbauen. Ach du Kacke. Also, wir haben wieder massiv viel... ...Krempel hier. Das hängt wieder alles in denen drin. Wir dürfen bloß wieder schauen, oder? Wir müssen bloß wieder schauen, dass wir hier nichts verlieren. Gerade die Hölzer. Ne, es sieht aber noch gut aus. Es sieht noch gut aus. Aber den Scrap können wir eigentlich schon wieder ein bisschen rausziehen. Den braucht man nämlich eigentlich gar nicht. Hoffe ich zumindest jetzt für die Foundations. Und hier fehlt wieder ein Teil. Und hier fehlt wieder ein Teil. Scheiße. Wir haben hier natürlich so ein blödes Loch. Äh, mal schauen, ob wir das irgendwie vielleicht flicken können. Hier oben. Hier. Und hier. War das die letzte? Ja. Sollte die letzte gewesen sein. Jetzt gehen wir hier weitermachen. Und hier. Et voilà. Jetzt bräuchte ich aber wieder eine Treppe, um hier hochzukommen. Fuck. Ich glaube, wir haben... Ich glaube, wir haben einen Boden zu viel gebaut. Ich muss jetzt leider nochmal eine Hilfstreppe bauen. Aber ich will unbedingt dieses komische Dach hier haben. Dieses... Können wir das hier irgendwie... Können wir... Nein? Können nicht? Warum geht das denn nicht? Weil wir kein Metall haben. Oh mein Gott. Jetzt habe ich alles weggeworfen. Eins. Haben wir noch irgendwo Metall? Komm schon. Hier. Okay. Wir gehen jetzt gleich nochmal den ganzen Krempel hier aufsammeln. Und wir brauchen hier unbedingt noch so ein Netz. Okay. Und das hier noch. Und das hier noch. Okay. Und dann sind wir wieder ausgerüstet wie große. Und Sharky, du bleibst schön weg hier. Halt. Wir wollten hier hin. Und wir drehen das Ganze auch nochmal. Ja. Ich denke mal, so sollten wir auf jeden Fall hochkommen. So. Et voilà. Okay. Einmal Rotation. Wir können es hier nicht hinbauen. Ah. Mann. 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 Das heißt, wir brauchen hier wohl oder übel noch einen Piller. Es wird kein Weg dran vorbeiführen, leider. Floor. Ja. Müssen wir leider so machen. Okay. Dann bauen wir jetzt unsere Treppe. Nein. Warum geht es nicht? Oh mein Gott. Was liegt jetzt hier für... Wir haben kein Metall. Okay. Wir müssen wieder das ganze Metall holen. Okay. Das trifft sich sowieso gerade ganz gut. Denn ich habe nämlich sowieso ein bisschen Durst. Hier. Eins. Zwei. Drei. Ziehen das wieder rein. Oh. Jetzt bin ich schon erschrocken. Jetzt habe ich schon wirklich gedacht. Wir können das Ding hier nicht hinbauen. Da wäre mein Plan überhaupt nicht aufgegangen. So. Und gleich nochmal rausziehen. Okay. Und Koch. 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 Essen so weit so gut eigentlich. Eigentlich sieht es gerade allgemein nicht so schlecht aus. Sogar von den Rohstoffen. Okay. Und nochmal nach oben. So. Und jetzt soll es aber funktionieren. Jetzt nehmen wir wieder drei den Hammers. Und das. Äh. Ne. Wir waren schon richtig. So. Ja. Ja. Das sieht nicht schlecht aus. Los. Fuck. Ich habe Scrap vergessen. Gehen wir aber auf die Schnelle holen. Da haben wir doch mehr als genug hier. Nehmen wir halt mal zwei Stacks mit. Und nochmal nach oben. Äh. Verdammt. Ich vergesse immer wo meine verdammte Leiter ist. Oder Treppe. Oder eher wohl gesagt eine Rampe. Oh mein Gott. Wir haben ein richtiges cooles Dach, Freunde. Das ist epic. Dann müssen wir jetzt halt hier nur noch die Treppe hier. Wieder wegkloppen. Und hier ein normales Dach drauf bauen. Ich glaube das würde sogar relativ cool aussehen. Hier hinten müssen wir halt noch ein bisschen anbauen. Aber das sollte eigentlich mal klar gehen. Ansonsten ganz schön nett hier. Okay. Wir machen zwei. Und hacken wieder das Ding weg. Komm schon. Ich brauche Sharkmeat. Sharkmeat. Stech. Scheiße. Er fräckt halt nicht. Er geht einfach nicht kaputt. Okay. Ist aber nicht so schlimm. So. Wir machen jetzt hier das Dach erstmal fertig. Das ist mir jetzt besonders wichtig. Jetzt muss ich aber dieses verdammte Pillar wieder genau vor das Scheißfenster machen. Und das. Ah. Das passt mir natürlich wieder gar nicht. Und uns fehlt schon wieder Holz. Der kann ruhig ein bisschen öfters angreifen, der Hai. Nein, 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 nein. Wir haben irgendwas gedroppt. Wir brauchen nicht so viel Schnüre. Oder Seile. Oder äh, 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 äh. Wie heißt denn? Tetsch? Äh. Hier sind Dosen. Hier ist Holz. Wo nichts drin ist. Und hier ist Tetsch. Wir haben hier sogar noch Rope. Ne. Das sieht aber ganz gut gerade aus. Da kommt sogar noch mehr Holz angeplätschert. Okay. Dann müssen wir es leider wohl oder übel vor das Dach bauen. Äh. Beziehungsweise vor das Fenster bauen. Es sieht zwar echt kacke aus. Aber ich kann es gerade nicht so gut ändern. So. So. Und so. Perfekt. Was will man mehr als ein Dach über dem Kopf? Ich würde mir das Ganze von... Das gerne mal von ein bisschen weiter weg anschauen. Aber man sieht es halt nicht, ne? Oder? Ich brauche eine Treppe. Oh, das sieht gut aus. Glaube ich. Das sieht gut aus. Oh. Ich glaube, das sieht sogar sehr gut aus. Ich hätte natürlich auch schon eine andere Idee, was wir eventuell machen könnten. Vielleicht so einen Weg auf eine andere Insel vielleicht? Wäre das vielleicht eine Möglichkeit? Wobei, jetzt sind wir noch nicht oben fertig. Ah, fuck. Uns fehlen wieder Schnüre. Äh. Heilige Scheiße haben wir viele. Den einen Stack vernichten wir noch. So. Und jetzt brauchen wir sowieso wieder ein bisschen Holz. Jetzt wird es wieder hier eng. Sammel auf! Geht es nur mit dem Haken? Nein. Nein. Doch. Keine Ahnung. Wir bräuchten mehr Holz. Unbedingt. Und der Shark müsste auch mal hier vorbeischlittern. Denn wir haben nämlich fast nichts mehr zu essen. Und unser Magen wird wahrscheinlich auch gleich knurren. Und das... Ah, naja. Okay. Und die Düstel auch schon wieder. So. Machen wir das mal so, 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 so. Oh, der Magen knurrt. Der Magen knurrt. Das ist nie ein gutes Zeichen. Wir brauchen Holz. Oh, das sieht gut aus, Freunde. Ich hätte sogar schon fast eine Idee, was wir auch noch machen könnten. Hier hinten vielleicht so die Palmenplantage. Das wäre cool. Okay, Freunde. Es hilft alles nichts. Wir müssen leider ein bisschen angeln gehen. Ja, ich weiß. Ihr Durst, Ihr Hunger. Hier haben wir schon einen Fischi. Wir gehen jetzt erstmal schnell die Kartoffel essen. Wir legen hier gleich den Fisch drauf. Wo ist die Kartoffel? Hier ist sie. Ey! Und einmal essen. Okay, alles gut. Alles gut, Mere. Okay, wir müssen gleich wieder auffüllen. So, Mann, das ging aber relativ zügig. Und hier gleich wieder abkochen. Wundervoll. Wundervoll. So, jetzt haben wir aber immer noch kein Holz. Wir brauchen mehr Holz. Komm schon. Warum scheitert es eigentlich an jedem Survival-Game immer an Holz? Holz? Oh, ich glaube, wir haben immer noch Hunger. Weil Holz so der wichtigste Rohstoff, glaube ich, ist. Also zumindest fürs Bauen hier. Das war bei Araxo. Das war bei Forest Zoo. Ah, wundervoll. Makrele. So, äh, wo ist sie denn? Hier ist sie. Sieht bloß auch aus wie ein Holz. Und einmal essen. Sehr schön. Ja! Bleib hier! Nein! Äh! Ich habe den Foundation hingebaut. Das wollte ich gar nicht. Jetzt ist er nicht tot. Ja, dafür haben wir hier eine Foundation. Scheiße! Das war jetzt natürlich ziemlich kacke. Scheiße! Oder? Oder? Moment mal. Äh. Wie viel ist denn das jetzt? Das sind 1, 2, 3. Und wie viel ist denn das? 1, 2, 3, 4. Wenn wir es so machen. Haben wir auch 3. Ach, kacke. Und es fehlt halt wirklich schon wieder Holz. Nein, wir haben kein Holz mehr. Außer hier die eigene Latte. Scheiße, Freunde. Das wird wirklich eng hier mit dem Holz. Habt ihr auch so wenig Holz? 1, 2, 3. Nein, und das ist schon wieder weg. Leute, uns fehlt Holz. Definitiv. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber... Wobei, wir können doch Holz abfällen im größten Notfall. heilige Scheiße, bleib hier. Nein. Haben wir beide? Ich hab sie verloren. Wir haben ja gar kein Holz bekommen. Oder? Haben wir ein einziges Brett bekommen? Ich weiß nicht. Ups. Hey! Oh, wundervoll. Ich hab mein ganzes Holz weggeschmissen. Cool. Sehr schön. Äh, das war jetzt natürlich nicht so geplant. Wir droppen jetzt nochmal diese scheiß Blech hier weg. Wo ist jetzt das Holz? Scrap? Ist das Holz? Tatsch. Okay. Moment. Da haben wir trotzdem noch mehr als genug. Wir haben einfach so viel Platz. Äh, so wenig Platz im Inventar. Unsere Kiste ist auch schon... Weißt du was? Wir bauen jetzt einfach noch eine neue Kiste. Mit Tatsch. Äh, wo war denn jetzt die Kiste? Hier oben ist sie. So. Und dann schmeiß ich hier oben auch noch ein bisschen Tatsch rein. Dann lege ich das erstmal hier rein. Äh, da, da, da. So. Mit der 7.